Operation Lazarus vermisst Sie schon, Kommande. Viel Glück. Dr. Goudreau auf Sicherheitskanal 4. Gabriela? General Cortez, wir haben jetzt die Segmente des Tacitus, oder die ehemaligen Segmente. Die beiden Segmente haben sich irgendwie verbunden. Denken Sie daran, wir betreten völliges Neuland mit dem Tacitus. Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Doktor, was ist passiert? Das ist der Rosetta-Stein. Daten. Millionen und Abermillionen von Daten. Lesbare Daten. Wir konnten bisher nichts entziffern. Das Ganze war wie eine unvollständige Linse ohne das zweite Segment. Ich sehe Formel, technische Daten und sogar Gen-Codes. Material, das ich nicht einmal ansatzweise kenne. Es wird einige Zeit dauern, aber wir haben jetzt alle Teile. Wir können das Puzzle zusammensetzen. Dr. Goudreau, wir waren ein gutes Team bei dieser Operation. Ich nehme an, Sie meinen das rein dienstlich. Ich habe noch zu arbeiten, Paul. Goudreau, Ende. General Cortez, der Funkkontakt zur Eva-Einheit der Philadelphia ist wieder hergestellt. Sprach- und Videoverbindung werden aufgebaut. Dann mal los, Eva. Ich denke, wir haben Neuigkeiten, die die Jungs wirklich interessieren. Sehr schwierig. Diese F đna